Ja, ich grüße euch zu Teil 3, nie wieder Krieg von deutschem Boden, Fragezeichen. Das heißt, wir haben vor der Welt die Verantwortung übernommen, dass von unserem Land keine Kriege mehr ausgehen. Selbstverständlich hat jedes Volk das Recht, sich tapfer und entschlossen zu verteidigen gegen Aggressoren. Und das ist auch das Recht von uns Deutschen. Nur ich finde das Unrecht aufgrund unseres Versprechens, gerade gegenüber dem russischen Volk, uns so zu verhalten. Ich habe vom Deutschen Ungeist ja bereits gesprochen. Den Deutschen Ungeist haben wir gehabt im Nationalsozialismus, wo wieder der Sozialismus im Vordergrund steht, und jetzt im Anti-Nationalsozialismus. Dass alles, was deutsch ist und was männlich ist und was Männer ausmacht in unserem Land, durch soziale Klima- und Gesundheitsdisziplin schon seit Jahren bekämpft wird. Und ja, ich bin ein Mann, und ich kenne viele Männer, die in der Lage sind, das schwer zu führen, einen Kampf zu führen, auf allen Ebenen. Und dieses Recht lassen wir uns auch nicht nehmen, weil das ist unser Lebensrecht. Und wir sind Männer, und wir leben in Krisenzeiten, also haben die Männer immer den Auftrag, den Karren aus dem Träck zu ziehen. Und das ist ganz genau unser Auftrag auch jetzt. Das haben wir in der Carola-Virus-Krise auch gehabt, in dieser Pandemie, dass wir Männer den Unterschied gemacht haben und unseren Mann gestanden haben. Punkt. Und ich selbst bin, um es nochmal zu sagen, absolut gegen jegliche Ausrüstungs- und Waffenlieferung in die Ukraine. Und dadurch wird das Leid für alle Menschen und für die gesamte Menschheit noch viel größer, wie es schon ist. Und die Ukraine wäre schon längst besiegt, wenn der sogenannte Wertenwesten und diese Hampelregierung aus Deutschland die selbstverständlich Instruktionen kriegt vom Großen Bruder über den Großen Teich und die stehen ja gewähr bei Füßen, was ich das angucke. Ist das tatsächlich das Bedürfnis, was wir Deutsche haben? Fragt euch das mal im Ernst. Wirklich. Fragt euch das mal. Ob das unser Bedürfnis ist? Ja? Nicht ein Wort der Versöhnung, nicht ein Wort der Versöhnung und der Friedensverhandlung von dieser sogenannten deutschen Regierung. Soll ich euch was sagen? Ich nehme die sowieso nicht mehr ernst, weil ich eine geistige, spirituelle Haltung habe und diese Mickey Mouse Show, die wir da haben, auf dieser politischen Bühne schon längst durchschaut habe. Mir bringt das auch selber nichts mehr, weil mir das selber keine Erkenntnisse bringt. Aber was es mir bringt, wobei Arbeit ist ja schon wieder, stellt sich schon wieder in Frage und stattdessen, und mir geht es darum, zu erkennen, wo wir im Weltenplan stehen und wo dieser Weltenplan hingeht. Und Fakt ist, dass wir in einem Zyklus der Veränderungen leben. Manche sagen dazu Wandel, manche sagen dazu Transformation, manche sagen das Erwachen der Menschheit. Es ist ein und selber. Und wir leben noch im Zeitalter der Lüge und der Illusion, das heißt im achimanischen Zeitalter. Und guckt euch mal um, wie die Manipulation heute so fein in diesem sogenannten Gefängnis funktioniert, im Gedankengefängnis funktioniert. Und ja, wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber klar, ein Boris René Engel, der wird ja immer getreten, von allen möglichen Leuten, weil ich immer meine Meinung sage, weil ich meinem Mann stehe und weil ich mir, wenn ich mir das auf die Fahne schreibe, überhaupt von gar niemandem war es gefallen los. Und gar niemand. Wer auch immer das ist, es ist mir egal. Ich entscheide mich manchmal dafür, mit den Menschen auch zu kämpfen auf verschiedenen Ebenen und mich mit diesen Menschen zu reiben und auseinanderzusetzen. Manchmal auch nicht, weil mir das zu doof ist, weil ich auch sehe, wenn es keine Veränderungen zu bewirken gibt, dann lasse ich das auch. Lasse ich mein Schwert stecken, auch mein Zungenschwert, mein geistiges Schwert. Ich lasse es einfach stecken, weil ich dann weiß, es gibt sowieso keine Veränderung mehr. Und wenn ich die Veränderung auf anderer Ebene erreicht habe, das heißt Geist-Seele-Ebene, dann lasse ich mein Schwert auch recht stecken, weil die Veränderung ist ja das Göttliche in uns und in jedem Mensch ist Gott und jeder Mensch ist ein göttliches Wesen. Auch der Herr Putin ist ein göttliches Wesen. Auch der Herr Selensky ist ein göttliches Wesen. Und die ganzen Polit-Schauspieler, die wir in Deutschland hier haben, von den Qualitäts-Mädchen, Qualitätspolitiker, Qualitätsparteien, Parteien, ja, da kann ich mich nicht darüber amüsieren und kaputt lachen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist ja das Illusionskino, ja, das sind einfach Gedankengefängnisse, die diese Schauspieler hier auf der Bühne produzieren, um uns im Verstand gefangen zu nehmen. Es gibt ja immer mehr Menschen, die verstehen, was dieser Zeitgeist ist und wie man diesem Zeitgeist zu begegnen hat. Und diesem Zeitgeist des Deutschen Ungeistes im Antinationalismus kann man nur mit Liebe begegnen, nämlich auch in seiner Liebe zu seinem Vaterland. Und ja, ich bin Deutscher und ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Ich bin stolz auf meine Ahne, ich bin stolz auf meine Familie, ich bin stolz auf meine Kinder, ich bin stolz auf meine Frau und ich bin auch auf mich stolz und ich liebe mich, so wie ich bin, weil ich bin einfach ein geiler Typ. Und genau dort fängt es an, wie man diesen Sozialismus auch kundern kann, ja, weil der Sozialismus hat ja einen Feind und der Feind ist die Familie. Das heißt, vorher wurden Kriegsteilnehmer geboren und erzogen, dort noch wurden Konsumenten geboren und erzogen und jetzt stellt das große Klima und Gesundheitsdisneland oder wie auch immer, wie ich es vorhin gesagt habe, fest, dass Deutschland ja keine Wirtschaftsnation mehr sein darf aufgrund vom Klimaschwindel, ja. Das heißt, wir haben einfach große universelle Veränderungen, die durch die Sonne hervorgehen und durch die heilige Mutter Erde, ja. Du hast Magnetfeldschwankungen, jetzt haben wir es ja gesehen, dass Polarlichter, Polarlichter in Washington sichtbar sind und das sind einfach größere Veränderungen und ja, auf uns werden noch einige Veränderungen zukommen, das ist ganz sicher, Leute, und deswegen, ich bitte euch einfach, kehrt um, wir Deutsche, wir sind die Träger des Christentums und das ist unser eigentlicher Auftrag, in dieser Zeit des Erwachens. Wir haben weder ein Schwert in die Hand zu nehmen, noch Krieg zu führen, noch Auslandseinsätze zu fahren, noch sonst irgendwas und vor allen Dingen uns nicht immer als der große, solidarische Erziehungspapst in der Welt aufzuspielen. Das ist mittlerweile so, wir wären ja schon ausgelacht. Ganz einfach, wir werden von sogenannten Schwellenländern, die ja auch der Wertewesten erzeugt hat, über Jahrzehnte und Jahrhunderte, ja, die lachen uns ja mittlerweile schon aus, die nehmen uns ja gar nicht mehr für ernst. Zumindest uns als Volk nehmen sie sehr ernst, aber die da oben an der Bühne im Deutschen Olymp, die nehmen die doch gar nicht mehr ernst, die lachen sich ja über die kaputt. Zum Beispiel über die Frau Baerbock, ja, die angeblich ein Studium gemacht hat, ein Jahr zu lange hat sie studiert, das muss ja ein super Studium gewesen sein, da kann ich mich nicht auch drüber kaputt lachen. Das will mir die Frau ernst nehmen, noch dazu ist die ja stur wie ein Panzer, ja, ihre Leopold-Panzer, die kann ja nicht mal einen geraden Satz reden, ja, dann soll sich der Herr Putin um 360 Grad drehen, das sieht man doch schon mal, dass die einfach nicht mehr alle Latte am Zaun hat, ja, und ihre ganze Worteskapade, die da auf fünf Stapel kommen, ja, und auch jetzt zum Beispiel der Bacon of Hope, haha, der Bacon of Hope, ja, das sind diejenigen, die sich da vorne hinstellen, ja, die in ihrem ganzen Leben noch nichts gerissen haben, ja, Lebensläufe fälschen und dann uns sich hier aufspielen. Mir kommt das so vor, wie der amerikanische Traum war ja immer gewesen, vom Tellerwäscher zum Millionär, ja, und der deutsche Traum vom Automobil, ja, das war ja schon immer der Lebenstraum der Deutsche in der Nachkriegszeit, und jetzt ist der Lebenstraum der Deutschen, wie komme ich ohne Bildung und Schulabschluss, haha, in die Politik nach Berlin, haha, ich lag mich kaputt, ihr Leute, und das ist das, was ich euch empfehle, weil das Michaelische Schwert, das Schwert vom Erzengel Michael, ist die Satire, ja, und ich bin einer der Gefolgsleute vom Erzengel Michael, und deswegen heißt es auch der Deutsche Michel, ja, und wie schon gesagt, unsere Gutmütigkeit, die im deutschen Wesen liegt, und auch unsere Treue, und viele Dinge mehr, das heißt, unsere deutsche Tugenden sind auch die Christustugenden, und die Tugenden eines Erwachten, und dazu gehört die Wahrheitssuche, ich kenne auch nicht die Wahrheit, die kenne ich nicht, ähm, manchmal behaupte ich das, aber es entzieht sich einfach meinen Verstand, weil durch dieses Zeitalter der Illusion und Lüge ist es sehr schwer, die Wahrheit zu finden, und doch ist es ja so leicht in dieser Zeit, denn die Wahrheit, die funkelt ja schon überall golden hervor, da muss man sich auch gar nicht mehr anstrengen, nur dazu ist es eben auch wichtig, dass man dann, hm, 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 hm der auch das Familiensystem betrifft. Und das ist der Aufruf in dieser Zeit. Aufstehen ohne Aufsehen und die Anwendung von Gewalt durch Bewusstwerdung und Bewusstsein. Darum geht es tatsächlich, ihr Leute. Zu Hause, vom Sofa, die neuen Helden in Deutschland, haben wir ja gesehen in der Carola-Virus-Krise. Bleibt zu Hause, stay home. Ihr seid die Helden, wenn ihr euch zu Hause mit Pommes frites und Chips vollfresst, dann seid ihr die großen Helden im Lockdown und so weiter und so fort. Und die Fressefreiheit haben wir ja auch, dass niemand mehr in Deutschland sagen darf, was sie überhaupt ist. Und dass uns die Presse, die sogenannte Presse, die eigentlich da zu tun ist, eine Demokratie, um die Politschauspieler unter Druck zu setzen und so richtig durch die Presse zu jagen. Was die sich heutzutage erlauben, das passt ja auf keine Kuhhaut mehr. Ja, und ja, die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei. Das ist sie definitiv. Ja, ich rede nicht mit der AfD. Was wäre los, wenn ihr auf eurem Arbeitsplatz, auf dem ihr hoffentlich erfolgreich seid oder erfolgreich werdet oder wachst oder auch mal verliert, gewinnt, ja, Fehler macht, tausend Dinge richtig macht, einen Fehler macht, wie wäre es denn, wenn ihr sagtet, ey, mit der Kollegin oder mit dem Kollege redet ich kein Wort mehr. Was wird euer Arbeitgeber machen? Der wird euch aus der Firma rausschmeißen. Ja, in jedem Wirtschaftsunternehmen würdet ihr den Laufpass kriegen. So, und die Herren und Damen, die sich so wichtig haben, ja, von den Altparteien, ja, das sind ja noch Einheitsparteien und ich selber bin ein Verfechter und ein riesengroßer Fan der Werteunion, ja, und ich liebe den Dr. Hans-Georg Maasen, weil er einfach ein genialer Mann ist und weil er seinen Mann gestanden hat in der Corona-Zeit, weil er für sein Volk da ist und weil er sozusagen mit als Vorsitzender der Werteunion die deutsche Tugende lebt. Und das finde ich genial, ja, und ihr werdet einfach sehen, dass wir gemeinsam den Unterschied zu diesem sozialen Öko- und Klima- und Gesundheitsdisziplin in Deutschland machen werden. Und das ist der Aufruf für alle friedliebenden Menschen, trefft die Entscheidung für den Frieden in der Welt, trefft die Entscheidung für den Frieden in der Ukraine, so. Und trefft vor allen Dingen die Entscheidung und fangt an zu beten, dass der Herr Putin, ja, der ja bisher sehr weise reagiert hat in diesem Krieg, ja, auf alle Anfeindungen, Felsfleck-Aktionen und so weiter und so fort, ich bin jetzt kein Putin-Fan, ja, ich bin kein Putin-Fan, ich bin einfach Deutscher, ja, und für mich ist es einfach so, Deutschland immer zuerst, weil wenn es uns Deutschen gut geht, dann können wir auch allen anderen Menschen in der Welt helfen. Und unser Auftrag ist es in dieser Zeit nicht, vor Gott Waffen zu liefern. Nein, der deutsche Auftrag, den wir vor Gott haben, ist für uns als Volk, als Deutsche, zurückzukehren zu unserem Christentum. Und dazu brauchen wir keine Religion und keine Kirche und keinen Pfarrer und keinen Papst und was weiß ich alles, das könnt ihr alles haben. Das braucht ihr auch, das ist wichtig, die Kirche hat einen wichtigen Auftrag in dieser Zeit. Doch auch die Kirche ist nach meiner Wahrnehmung in der obersten Führungsriege komplett verblendet. Und was das für ein Lade ist, wissen wir auch. Und darum mache ich auch kein Hehl. Darüber kann sich auch jeder im Privatleben mit mir unterhalten. Das ist überhaupt kein Thema, weil das Wahrheitsschwert, das ist ja so einfach zu führen. Und dennoch ist es so, ja, auch ich bin Mitglied der evangelischen Kirche in Deutschland und ich werde es auch bleiben, weil warum soll ich meinen Standpunkt und auch meine christliche Berufung und Rückbindung abgeben? Muss man dann immer Platz machen für die Dumme? Muss man das immer machen? Für die Menschen, die nicht zuhören wollen, die die Ohren verschließen, den Mund verschließen und die Augen verschließen. Ja, und das finde ich schon sehr interessant, was am letzten Kirchentag abgelaufen ist. Aber ihr Leute, das ist halt so, ja, und es ändert nichts, was diese Prediger erzählen, Gott ist queer und was auch immer, Gott ist nicht queer, Gott ist der Schöpfer allem Lebens. Und nicht nur auf diesem Planeten, sondern im ganzen Universum ist Leben. Und deswegen, es ist einfach interessant, wie alle möglichen Instanzen in unserem Land unterwandert sind, mit diesem ganzen Gehirn, Wäschekramsel. Und ich habe da drauf gar keine Lust mehr. Und ja, ich sage das hier vor der Kamera, ich kann mir das schon wieder vorstellen, meine ganzen Kritiker, meine ganzen Fans, die sind dann wieder angucken, er hat wieder ein Video gemacht, du brauchst mal gucken, was er wieder von Botschaft rauskauen hat und immer dem dementsprechend wieder auf die Füße treten können. Macht das. An mich kommt ihr nicht ran, weil ich bin durch Gott geschützt und egal, was ihr euch gegen mich einfallen lässt. Und ihr wart ja schon immer kreativ in den Dingen. Und jedes Mal hat euch ja Gottes Döger gezogen. Und das wird auch in dem nächsten Mal so sein, weil in mir wird Gott das Göttliche. Ich bin Gott verpflichtet. Ich bin Christus verpflichtet. Und aus diesem Grund sage ich euch einfach, macht den Unterschied. Macht den Unterschied, weil wir sind göttliche Wesen. Wir haben einen großen Geist in uns, nämlich Gott selbst. und Gott kann auch mit uns sprechen. Das heißt, ein Mensch kann auch im irdischen Zustand mit Gott sprechen. Ich kriege auch nicht immer Antworten, aber in den wesentlichen Dingen, die mich betreffen, kriege ich immer den Ratschlag von Gott in mir selbst. Ganz einfach. Und das ist einfach. Hier gilt es einfach, uns das zurückzuerobern, weil der Heilige Kral, den wir Deutsche, auch in Europäer, gesucht haben. Den haben wir jetzt gefunden und den kann man jetzt finden, nämlich durch die Wahrheit suchen und indem man die Komfortzone verlässt und anfängt, sich mit seinem Hörer selbst zu verbinden. Darum geht es tatsächlich. Und wie gesagt, setzt euch für den Frieden ein und überprüft eure Gedanken, genauso wie ich. Ich bin verantwortlich für alles, was in meinem Leben passiert, was auch immer geschieht, was auch immer geschehen mag. Ich habe mir mein Leid und mein Glück und meine Liebe in meinem Leben selber erschaffen. und ein wichtiger Horizont und dabei sind die eigenen Gedanken. Verantwortung für seine Gedanken zu übernehmen. Ja, und ich übernehme die vollständige und vollkommene Verantwortung für meine Gedanken, für meine Gefühle, für meine Reden und meine Handlungen. So, und ich setze mich für den Frieden ein und ich werde alles unternehmen, um diesen Frieden zu halten in dieser Zeit des Erwachens. Macht's gut, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich fahre jetzt nach Haus, machen wir einen schönen Tag und Aloha.